die welt der neuerscheinungen und ich bin dafür da diese zu testen viel spaß mit dem video und lasst doch gerne ein abo da einen wunderschönen meine sehnlosen fleischstückchen bitte fragt nicht was das schon wieder ist soweit ich das gelesen habe wie der würfel entschieden hat ist das ein rätsel spiel mit fischen es kostet haltet euch fest 19 euro ja ich werde das zurückgeben das weiß ich jetzt schon weil jeder weiß ich und rätsel das ist ein rätsel ja egal ja rein ich weiß auch nicht man kann auch keine lautstärke einstellen und man muss mit controller spielen also option das war's schwierigkeit einfach keine ahnung machen wir mal wenn sie ein neues spiel starten wenn alle gespeicherten fortschritte und sammlerstücke gelöscht bist du sicher ja ein spiel von adrian reiner rein dass man charakter in balle oder gott privates tagebuch der test geht weiter ich habe versagt wird ein teil des lebens den fischen fehlt die fähigkeit zur lösung einfacher probleme meine nächste kreation beginnt mit seiner reise heute erst kleiner steller und intelligenter könnte er die richtige sein ich werde ihm einen namen geben düse das ist ein witz oder ich mach mal kurz das spiel ein bisschen leise ein moment so leiser gestellt jetzt du siehst wo bro was ist das für eine steuerung alter was zum geier was passiert hier 20 euro digga oh mein gott ich kann dir mit der steuerung überhaupt nicht ich weiß gar nicht was hier passiert warte müssen so denken ja ok 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 hoch und ok warte wir müssen diesen stein benutzen gehe ich von aus so würde ich auch gerne 20 euro digga also pass mal auf die steuerung ist mit rechner logstick drehst du dich ja ich bin für sowas einfach auch nicht gemacht und dann einfach nur nach oben und unten den controller für nach hinten und nach vorne ist so ein bisschen so gabelstapler mäßig wenn ihr versteht was ist das hilfe hilfe was ich mir hier für euch an du bitte lasst einfach kommi und like da ich kann das alles nicht mehr und jeder der jetzt lacht der schuld mit dem zap auf twitch da gibt es nämlich immer live streams twitch.tv ist sehr sehenlos macht bock glaubt mir ich habe eine geisteskrank geile community jetzt aber ich habe es verstanden ich muss da nur gegen kommen wir müssen uns jetzt vorbereiten ich habe schon wieder chat gesagt das wird nie aufhören das wird nie aufhören so nein 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 jetzt jetzt oh ja liebe dieses spiel ich kann das doch nicht ich kann das doch nicht na jetzt ich ich As you plunge into the abyss, your mission unfolds amidst the shadows of the labyrinth of tanks that stretch before you. These metallic and glass mazes embody a cascade of sinister challenges, demanding the unraveling of your twisted intellect. Focus, Nozzle, on your treacherous journey that lies ahead, disregarding the haunting echoes of past failures. Where fellow fish were overwhelmed by the abyss that in spotlight now fixates upon the hue. An unsettling chance to unveil your dark talents and substantiate the grim value you have in. At the moment you will be followed. Or you could just give up, joining the ranks of those pitiful cardboard imitations who just couldn't handle the madness. What has happened? What does it mean? How did it go? HENDS One One Two One One Two Four Two One Two ich komme nicht jetzt stechen dass irgendwann welche steuerung rauskriegt okay das geht nicht kamera drehen was sehe ich hier ich check überhaupt nichts gar nichts was zum geier was soll ich hier tun natürlich kann ich das ding bewegen wohin ist das eine scheiße 20 euro meine damen und herren für eine rotze die aussieht wie von 2008 wie aus 2008 leck mich am arsch ich kann schon nicht mehr ich habe schon keinen bock mehr auf die scheiße perfekte scheiße alter schwede was ist das und ich dachte ich habe schon schlechte spiele gespielt aber das übertrumpft ja alles ich weiß auch nicht was ich machen soll also gar nicht das kriegt so ein saftigen also ich muss jetzt mal gucken was kam wie ihr seht kann ich das ding auch nicht kontrollieren weil das eine richtige dreck scheiße ist ich kann das nicht junge wir müssen jetzt mal hier drehen das jetzt mal um irgendwas muss da unten drunter sein da ist doch ein pinöppel oder beruhig dich jetzt mal so darunter nein rund redig so okay cool nach oben oder ich bin niemals ein aquarium ist mehr kaufen das ding ist durch dankeschön ich sehe nichts ich sehe nichts da oben wie komme ich denn da hin so Bruder nein nein bitte mit sammelgegenstände mit B warum so ne ding krieg ich ne rezension könnt ihr euch na gerne angucken oh oh ist jetzt schon wieder laut Problem Bläsung Fisch wird weit gehen aber so es ist Was tue ich jetzt? Da ist das Ding, okay. Okay, okay, okay. Problemlösung, Fisch wird weit gehen. Das Einzige, was weit geht, ist meine Steam-Rückerstattung. Leck mich am Arsch. So, runter jetzt. Runter, runter, habe ich gesagt, du kleines. Fische sind halt auch einfach völlig überbewertet. So, dreh dich. Jetzt hoch! Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hasse alles hieran. Bis zum nächsten Video. Oh mein Gott.